Herzlich Willkommen auf dem Kanal Yosho. Heute wieder mit einem Einblick ins Media Book. Kurzer Einblick ins Media Book. Heute habe ich hier Breaker Breaker mit Chuck Norris im Media Book. Auch so ein Kurzschlusskauf glaube ich habe jetzt auch bestimmt ja da liegen muss jetzt mal aufgemacht werden machen wir auf und schauen wir es uns mal an. Wenn er mag diesmal wieder normale Folie nicht wie bei B-Warn Media Box und die zieht sich auch hinweg in der Folie. So wir haben wieder ein mattes Media Book. Wieder in einem Retro-Design. Wie sehr oft gibt es von dem Nameless, wo ich ja auch einige habe. Außen rum matt, drinnen glänzend und hier die Rückseite. Genau ist auch wieder. Hier glänzend. Schrift ist glänzend, matt. Genau. Ton. Was haben wir denn für ein Ton überhaupt. TDS HD Master 2.0 ok. Dann machen wir es mal auf. Drinnen sieht schon mal so aus. Da haben wir hier erstmal die Blu-Ray. Blu-Ray. Leider bin ich immer noch mit den Seitenverkehrten. Ein bisschen durcheinander. Genau das war das. Und dann sieht es hier so aus und dann schauen wir mal rein. Auf jeden Fall sind wieder Bilder drin. Oft sind ja bei so älteren Filmen keine Bilder drin. Oder sehr weniger und da sind eigentlich schon einige Bilder wieder mit drin. Ist auch jetzt ein bisschen auf alt gemacht. Ich finde es jetzt nicht verkehrt. Ähm. Genau. Jo. Und das ist dann noch die DVD. Genau. Ja. Also typisches Metapok aus Nameless. Ob der Film was ist, weiß ich nicht. Wie gesagt, ich habe den noch nicht gesehen. Interessiert mich zwar. Ich habe ja einige Chuck Norris Filme immer geholt. Ob der dann auch dazugehört, der gut ist. Wäre eine Frage. Aber ja. Habt ihr das mal in der Sonne. Okay. Das war es dann schon wieder. Macht's gut. Haut rein. Servus.